Ich habe ja auch keinen Bock, Leiter raus auf den Schuppen zu holen. Es ist auch viel zu gefährlich, da oben rumzuturnen. Aber die Regenrinnen, die musst du schon ab und zu mal sichten. Also, denn sonst passiert sowas. Am besten im Winter, nachdem das ganze Laub gefallen ist und dann nochmal nach Silvester wegen diesem ganzen Raketenstiel. Es tropft. Nun jetzt gib mein Haus in den Arsch. Scheiße. Deswegen habe ich mich aus einer ESP-32-Cam und so einem Baumarktteleskop-Malerstange eine DIY-Teleskop-Inspektionskamera gebaut. Den Telestick 32. 32 wegen ESP-32. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt mal. In meinem Blogartikel auf raydiy.de habe ich alle benötigten Bauteile verlinkt. Wir benötigen eine Teleskopstange, so eine klassische Baumarkt-Malerstange, eine ESP-32-Cam und zwar das Modell von AI Thinker, eine 5-Volt-Stromversorgung, das kann eine Powerbank sein oder auch so ein Lizzie-Millionen-Battery-Pack, ein Kabel für die Stromversorgung und ein Smartphone. Aber das hat ja heutzutage jeder irgendwo obliegen. Das Befestigungssystem habe ich in Fusion konstruiert und im 3D-Drucker ausgedruckt. Dafür benötigt man noch ein paar M5-Schrauben und Muttern. Dieses System bietet auch hochprofessionelle Befestigungsmöglichkeiten, unter anderem auch für ein Viertel Zoll Schrauben aus dem Kamerazubehör. Für mein Handy habe ich dann aber doch lieber so eine Handyhalterung genommen. Wenn du außerdem Fotos aufnehmen möchtest, benötigst du noch eine Micro-SD-Karte, die in die ESP-32-Cam eingelegt wird. Die ESP-32-Cam muss nicht genau von AI Thinker sein. Man findet nämlich viele Hersteller, die dieses Modell unter einem eigenen Label anbieten. Schaut in meinem Blogartikel mal nach. Da habe ich ein paar verschiedene Modelle rausgesucht. Apropos ESP-32-Cam. Auf meiner Webseite habe ich eine ganze Artikelserie zur ESP-32-Cam geschrieben. Im Einführungsartikel zeige ich eine Liste mit zwölf verschiedenen Modellen, glaube ich, sind es. Und in weiteren Artikeln geht es dann um die Programmierung. Und am Ende gibt es noch einen Artikel, wo wir eine kleine Überwachungskamera bauen. Die Firmware, die ich für den T-Listik-32 entwickelt habe, erzeugt auf der ESP-32-Cam ein eigenes WLAN. Wenn du dich mit deinem Smartphone, Tablet, Laptop, irgendeinem WLAN-Fähigenkrieg, in diesem WLAN anmeldest, dann kannst du dir das Live-Bild auf den Browser streamen. Man kann da bequem das Bild in alle Richtungen bei Bedarf spiegeln. Das ist wichtig, wenn man mal die Kamera über den Kopf hält. Und wenn du eine Micro-SD-Karte eingelegt hast, dann kannst du auch Fotos speichern. Ich empfehle als nächstes, die Firmware erst mal auf die ESP-32-Cam zu laden. Das kannst du über den Quellcode und Plattform.io und VS Code machen. Oder wer darauf keine Lust hat, kann auch mein Web-Tool verwenden, was ich dafür entwickelt habe. Einfach die ESP-32-Cam an den Computer anschließen, mein Web-Tool im Browser aufrufen und dort den blauen Schalter klicken. Fertig. Das ESP-32-Cam-Modell von AI Thinker wird kein USB-Port haben. Deswegen benötigst du ein sogenanntes FTDI oder auch ein sogenanntes Programmer-Board, was am Ende auch nur ein FTDI ist. Warum du sowas brauchst und was das genau ist, darüber gibt es auch einen Blogartikel auf meiner RayDIY.de Webseite. Gut, wenn dann die Firmware aufgespielt ist, dann schauen wir uns nochmal die Stromversorgung bzw. das Stromversorgungskabel an. Bei dem Stromversorgungskabel gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie du es umsetzen willst. Prinzipiell muss der Strom halt aus der Powerbank an den 5 Volt und den Ground-Pin des ESP32 angeschlossen werden. Ich habe mir ein Kabel mit Dupont-Steckern gekrimmt. Am anderen Ende kann ich das Kabel mit einem USB-A-Stecker in die Powerbank stecken. Fertig ist die Stromversorgung. Theoretisch kannst du die Kabel auch fest an die Pins der ESP32-CAM löten. Ich persönlich mag es allerdings, wenn es rückbaubar ist. Deswegen habe ich Dupont-Stecker gekrimmt. Übrigens ein Video, wie du selbst Stecker krimmst, verlinke ich hier oder in der Videobeschreibung. Noch ein Tipp, mach das Stromversorgungskabel nicht zu kurz, denn die Powerbank sollte möglichst weit unten bei deiner Hand sein. Andernfalls liegt der Schwerpunkt der ganzen Konstruktion recht ungünstig. Wenn du das Kabel fertig hast, kannst du jetzt testen, ob die Firmware funktioniert. Die Blitz-LED leuchtet übrigens immer. Das liegt daran, dass ich die SD-Karten-Funktion aktiviert habe und die LED und der SD-Karten-Slot teilen sich einen gemeinsamen Pin. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Jetzt können wir den TeleStick32 zusammenbauen. Dafür drucken wir als erstes alle 3D-Druckteile für das Befässigungssystem aus. Ich empfehle unbedingt stabiles Material, wie zum Beispiel PETG, PLA Plus oder Nylon zu verwenden. PLA ohne Plus wird vermutlich zu schnell brechen. Immerhin sollten Powerbecken und Smartphones ja sicher sitzen. Ich übernehme übrigens keine Gewähr für irgendwelche Schäden. Immer prüfen, ob alles stabil und gut und sicher befestigt ist. In meinem Setup benötige ich drei Halterungen. Jede Halterung benötigt drei dieser Rändelmutter und ein Ober- und ein Unterteil von so einer Schelle. Die untere Schelle gibt es in zwei Durchmessern, da das innere Rohr der Teleskopstange einen kleineren Durchmesser hat. Die obere Schelle hat so eine Drei-Zinken-Aufnahme, wie man das aus dem Action-Bereich auch kennt. Und dann gibt es noch die Universal-Aufnahme-Platte mit Haken für zum Beispiel Gummibänder und Gewindelöchern für die bereits erwähnten 1,25 Zoll-Schrauben. Außerdem passt diese Platte genau in die Schnellverschlusssysteme von Kamerastativen. Bumm, Alter, so viele Möglichkeiten. Die Rändelmuttern bestehen aus zwei Teilen. In das untere Teil kommt die M5-Mutter und der obere Teil wird mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber fixiert. Die Schellen haben auch überall Kontervorrichtungen. So lassen sich die Rändelmuttern einfach befestigen, ohne dass man mit einem Schraubendreher oder einer Zange kontern muss. Jetzt können wir die drei Schellen anbringen. Oben an die Spitze kommt das Kameragehäuse und an den Griff kommen Powerbank und Smartphone. Und dann können wir auch schon starten. Teleskopstange ausziehen, die ESP32 Cam mit der Stromquelle verbinden und nach einem kurzen Augenblick erscheint ein WLAN namens T-Listik32. Dort dann mit dem üblichen Hochsicherheitspasswort 12345678 anmelden. Jetzt den Browser öffnen und die IP-Adresse 192.168.41 besuchen. Und wenn du den T-Listik öfter verwenden willst, dann empfehle ich das Ganze als Bookmark auf dem Homescreen abzulegen. Dann startet bei den meisten Handys das Ganze sogar im Vollbild. Manchmal dauert es dann ein paar Sekunden, bis der Videostream stabil läuft und dann kannst du loslegen, deine Regenrinne zu sichten. Oder das Dach deines Wohnmobils. Oder dein Auto von unten. Oder überall, wo man halt schwer rankommt. Den kompletten Quellcode als Plattform-IO-Projekt, die STL-Dateien für die 3D-Druckteile und eine ausführliche Anleitung als E-Book mit über 25 Seiten kannst du auf der Projektseite unter radiy.de-tlistik32 bekommen. Einfach mal reinschauen. Übrigens kannst du dich auf meiner Webseite auch in meinem Newsletter eintragen. Du bekommst dann sogar ein Willkommensgeschenk. Mein kostenloses E-Book, der kleine Lötleitfaden. Lass deinen Kommentar da, smash den Daumen und bis zum nächsten Projekt. Tschüss. Tschüss.